Ich habe DENTA PRIME über das Internet gefunden und ich habe viele Informationen eingeholt, wer mir am sympathischsten war, denn am Ende war DENTA PRIME, weil sie nur mit deutschem Material arbeiten und absolute Fachleute haben. Es war alles wunderbar und ich habe als erstes in Deutschland beim Partnerzahn die erste Röntgenaufnahme vom Kiefer machen lassen, die dann bei DENTA PRIME bearbeitet wurde. Und so bin ich dann am Ende hierher gekommen. Ich wollte nicht mehr gehen. Es ist wunderbar. Ich habe schon viel darüber gelesen und viel gehört. In Deutschland wird immer nur weiter geflickt und DENTA PRIME wird komplett Programm gemacht. DENTA PRIME ist für mich rundum Programm alles gut. Ich bin jetzt super aufgenommen worden. Super Szene. Was will ich mehr?